Herzlich Willkommen zur Social Media A Vorlesung im Sommersemester 2024. Mein Name ist Ritschi Bettauer und wir werden uns im Lauf dieses Semesters mit unterschiedlichen Aspekten von Social Media beschäftigen. Heute am Programm zum einen ein paar organisatorische Infos zum Ablauf der Vorlesung und auch zu den freiwilligen Übungsarbeiten und zum zweiten werden wir uns mit der historischen Entwicklung, mit den frühen Wurzeln und dem Beginn von Social Media beschäftigen. Freut mich, dass Sie dabei sind. Wie ich schon angekündigt habe, Moodle ist mittlerweile eingerichtet. Sie werden im Anschluss an die einzelnen Einheiten jeweils die Aufzeichnungen und die Zusammenfassungen finden. Die Vorlesung wird hybrid abgehalten, das heißt einige Einheiten so wie heute finden ein Stream statt. Nächste Woche sehen wir uns das erste Mal im Hörsaal. Dieser Wechsel hat sich ganz gut bewährt in den letzten Jahren. Gerade beim Thema Social Media ist es natürlich relativ naheliegend, dass man sich auch einige Dinge live im Einsatz anschaut. Auch das werden wir machen und ich halte diese Vorlesung ja mittlerweile bereits seit einigen Jahren. Ein neues Thema, das uns bereits im vorigen Semester ein wenig beschäftigt hat, wird immer relevanter. Sie haben sicherlich auch viele Berührungspunkte damit. KI oder AI, die natürlich in der Erstellung von Social Media Inhalten auch generell in der Art wie Social Media oder besser gesagt die Morphologie der Kommunikation geprägt wird, drastischen Einfluss hat. Auch mit diesem Thema werden wir uns im Laufe des Semesters befassen. Erstmal vorneweg, Sie haben natürlich jederzeit die Möglichkeit im Chat Fragen zu stellen. Nutzen Sie das auch gerne. Ich werde zwischendurch immer wieder mal reinschauen. Und bevor wir ins Thema reinspringen, ein paar organisatorische Anmerkungen. Zum Ersten, was Sie alle vermutlich sehr interessiert, wie komme ich zu einem Abschlusszeugnis zu dieser Vorlesung? Sie wissen ja, die Social Media Vorlesung bei uns am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft ist zweigeteilt in die Social Media A und Social Media B. Sie legen am Ende des Semesters eine gemeinsame Prüfung über beide Teile der Vorlesung ab und es wird dafür vier Prüfungstermine geben. Der erste findet dann gleich am Ende des Semesters statt. Ich muss zugeben, ich bin kein übergroßer Fan von Prüfungen. Allerdings aus universitätsrechtlichen Gründen müssen wir bei den Vorlesungen Prüfungen anbieten. Es gibt allerdings freiwillige Übungsarbeiten, die Ihnen den Abschluss der Vorlesung erleichtern sollen und auch dazu dienen, dass Sie sich mit zusätzlichen Aspekten der Vorlesung beschäftigen. Wir dürfen als Vortragende bei Vorlesungen mit freiwilligen Übungen die Note um maximal einen Notengrad verbessern. Das Punktesystem schaut so aus, dass Sie, wenn Sie die Prüfung ablegen über beide Prüfungsteile, können Sie maximal 100 Punkte erzielen. Mindestens 51 Punkte brauchen Sie, um die Vorlesung gerade noch positiv zu absolvieren. Ich glaube nicht, dass die Social Media Vorlesung den Ruf hat, eine der schwierigsten Prüfungen zu sein. Nichtsdestotrotz, mit diesen freiwilligen Übungsarbeiten können Sie jeweils 2,5 Bonuspunkte bekommen. Das heißt, Sie bekommen bei mir im Lauf des Semesters, die nächste werde ich nächste Woche online stellen, die erste, bekommen Sie zwei Übungsarbeiten, im B-Teil ebenfalls. Für die Abgabe jeder dieser Arbeiten gibt es 2,5 Punkte, sodass Sie also insgesamt mit zehn Bonuspunkten zur Prüfung antreten können, wenn Sie das möchten. Wie erwähnt sind diese Übungsarbeiten natürlich freiwillig. Ich werde mich nach Kräften bemühen, Ihnen interessante und hoffentlich auch praktisch nützliche Übungen mitzugeben. Ein Wort noch zur Prüfung generell. In der heutigen Einheit und auch in einigen weiteren Einheiten werde ich Ihnen sehr viele ZDF-Inhalte präsentieren, Zahlen, Daten, Fakten. Gerade bei der Geschichte von Social Media kommen Nona sehr viele Jahreszahlen vor. Ich lege keinen Wert darauf, dass Sie Zahlen lernen oder sich Jahreszahlen merken. Es geht mir eher um die Entwicklungszusammenhänge. Sie werden bei der Prüfung keinerlei Fragen in der Art finden, in welchem Jahr wurde Social Media Network XY gegründet oder wie viele Nutzer hatte Facebook im Jahr 2022. Diese Details, dafür haben wir das Internet, die können Sie jederzeit nachschauen. Wie gesagt, es geht mir eher um grundlegendes Verständnis und die Zusammenhänge. Wir haben zu unserer Vorlesung einen Teaching Assistant, Begleittutorin heißt das glaube ich offiziell. Alina Danielkow, sie ist auch bei uns im Chat. Wenn Sie organisatorische Fragen haben, können Sie sich natürlich auch jederzeit gerne an Sie wenden. Wir werden gegen Ende des Semesters auch eine Einheit über Artificial Intelligence und Social Media einplanen. Die werden Alina und ich dann gemeinsam halten. Ja, was erwartet Sie ansonsten thematisch? Wie gesagt, heute die Geschichte von Social Media. Nächstes Mal werden wir uns mit Definitionen, populären und auch wissenschaftlichen Definitionen zum Thema, was ist Social Media beschäftigen? Oder man könnte auch andersrum sagen, wodurch unterscheiden sich Social Media Plattformen oder Social Media Angebote von anderen Arten der medialen Distribution? Steffen Marie, ich sehe nur den ersten Teil der Frage. Bitte noch den Rest im Chat ergänzen. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, einfach immer reinstellen. Sie bekommen im Anschluss an die Vorlesungen, an die Online-Vorlesungen immer die Aufzeichnung im Moodle zur Verfügung gestellt. Prüfungsrelevant sind die Inhalte, die wir in der Vorlesung behandeln. Ich werde Ihnen in Moodle auch einige weiterführende Quellen verlinken. Die sind dafür gedacht, wenn Sie sich in bestimmte Themen genauer einlesen wollen. Die werden aber ebenfalls nicht prüfungsrelevant sind. Also wie gesagt, die Streams, die Videos und die Zusammenfassungen, die sollten Sie sich vor der Prüfung gut ansehen. Einheiten, die vor Ort stattfinden, werden wir nicht online zur Verfügung stellen können. Nächste Woche, wie gesagt, sehen wir uns. Bei den übrigen Einheiten gibt es Gastvorträge. Sie werden Zusammenfassungen bekommen, aber dazu keine vollständigen Videos. Ja, that being said, stürzen wir uns in medias res. Ich möchte mich kurz noch vorstellen, damit Sie auch wissen, wie ich zu der Ehre komme, hier diese Vorlesung zu halten. Ich habe selbst Publizistik studiert in Wien von 1995 bis 2000. Das Studium war damals noch kombinationspflichtig. Mein Zweitfach war Politikwissenschaft. Und meine persönlichen Berührungspunkte mit dem Internet, wenn Sie so wollen, haben sich eigentlich durch Nebenjobs im Studium ergeben. Ich habe, glaube ich, von 1995 bis 1999 bei der APA, bei der Austria Presse Agentur, als Webdesigner gearbeitet. Das Programmieren kann man es gar nicht nennen. Das Erstellen von Homepages war im Vergleich zu heute noch relativ simpel. Aber natürlich, wenn man sich ständig mit Kommunikation im digitalen Raum beschäftigt, ist es natürlich auch naheliegend, dass man selber da aktiv wird. Ich habe 2000 mein Studium abgeschlossen, unterrichte ja auch seitdem bei uns am Institut Übungen pro Seminare in den ersten Jahren immer mit New Media Bezug. Und seit es eben bei uns im Curriculum die Social Media Vorlesung gibt, habe ich das Vergnügen, Ihnen sozusagen die praktische Seite nahezubringen. Was mich persönlich an digitalen Medien oder speziell an Social Media interessiert, ist die wirklich heftige Dynamik, die schnelle Weiterentwicklung. Da passiert sehr viel und die ganze Entwicklungslinie von Social Media, das werden Sie auch heute sehen, ist natürlich logischerweise sehr eng verbunden mit der Entwicklung der entsprechenden Technologien. Das Internet wurde ja ursprünglich als dezentrales Kommunikationsmedium erschaffen, nicht zuletzt vor dem Eindruck eines drohenden nuklearen Schlags. Das Internet entstand in der Zeit des Kalten Krieges und die Idee für diese dezentrale Kommunikationsstruktur, die ergab sich eben daraus, dass speziell die US-amerikanische Regierung ein Kommunikationssystem zur Verfügung haben wollte, das ohne zentralen Hub auskommt. Was bedeutet das? Das Telefonsystem in den 1970er Jahren beruhte auf Vermittlungsstellen und Wahlämtern. Und jetzt simpel gesagt, wenn diese Vermittlungsstelle beispielsweise durch einen Angriff zerstört würde, dann sind Telefone wertlos, denn Telefone können sich nicht direkt miteinander verbinden, sondern wie gesagt eben immer nur über diese Vermittlungsstellen. Eine dezentrale Kommunikationsstruktur dagegen sollte so aussehen, dass viele Teilnehmer über ihre Computer miteinander verbunden sind und es eben keine zentrale, wenn Sie so wollen, Wählstelle oder Vermittlungsstelle gibt. Das sollte dieses Netzwerk resilienter gegen potenzielle Ausfälle machen. Sie kennen wahrscheinlich das Zitat von des griechischen Philosophen Herodot, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Keine sehr optimistische Sicht auf die Menschheit, wenn Sie so wollen. Und die Geschichte des Internets zeigt auch, dass diese Angst vor einem atomaren Schlag, in Zeiten des Kalten Krieges natürlich durch Russland, nicht die einzige Motivation war. Interessanterweise ziemlich zeitgleich, als die amerikanische Regierung das Internet entwickelte oder entwickelnd ist, gab es in Hawaii eine Forschergruppe, die sehr, sehr ähnliche Ideen hatte. Die Motivation war hier allerdings weit weniger, eine dezentrale, resiliente Struktur zu schaffen, sondern eine Möglichkeit vorzusehen, wie Forschende und Wissenschaftler einfacher Papers, wissenschaftliche Papers und Informationen austauschen könnten. Also ganz so, dass das Internet sozusagen nur aus, ja, Furcht vor kriegerischen Auseinandersetzungen geschaffen wurde, war es nicht. Da gibt es schon durchaus zwei Entwicklungslinien. Ich denke nicht, dass die Wissenschaftler, die an diesen frühen Versionen des Internet gearbeitet haben, sich darüber im Klaren waren, wie relevant dieses Medium mal werden würde. Allerdings gibt es natürlich Kommunikationswissenschaftler, die sich schon sehr früh, theoretisch, ohne dass die Technologie tatsächlich verfügbar war, mit dieser Vorstellung eines Welt- bzw. Planeten umspannenden Kommunikationsnetzes beschäftigt haben. Ganz an erster Stelle hier zu nennen ist wohl Marshall McLuhan, dessen Bücher einige sehr ungewöhnliche Thesen vertreten, viele seiner Zitate sind ja mittlerweile fast in den allgemeinen Wortschatz übergegangen. Der Medium ist der Message, haben Sie sicher auch schon gehört. Der Originaltitel des Buches, aus dem dieser Zitat stammt, heißt allerdings nicht, der Medium ist der Message, sondern der Medium ist Massage. Marshall McLuhan beschäftigte sich sehr stark mit der Wirkung, die unterschiedliche Medientypen auf uns haben. Ich kann Ihnen nur empfehlen, die Bücher mal zu lesen, sind teilweise sehr interessante Ideen, wenn auch nicht immer völlig konsistent. Aber ein Punkt, der in Marshall McLuhan's Büchern immer wieder auftaucht, ist diese Idee eines, wie er es nennt, weltumspannenden Nervensystems. Ich glaube, es ist relativ leicht einzusehen, wenn zum einen die ökonomischen Hürden sehr, sehr stark fallen und es sehr einfach möglich ist, mit Personen auf anderen Kontinenten in Austausch zu treten, sei es durch E-Mail oder mittlerweile genauso durch Online- oder Teams-Meetings, dann ändert das natürlich auch sehr stark etwas an der Art und Weise, wie wir uns im Gesamten als Menschheit wahrnehmen. Das war eine Entwicklungslinie, die Marshall McLuhan sehr, sehr wichtig war. Und das ist, glaube ich, auch eine Erfahrung, die viele Social-Media-Nutzerinnen immer wieder machen. Die Strukturierung von Social Media, von Interessensgruppen, von Personen, denen man folgt, denen man sich austauscht, die passiert entlang von gemeinsamen Interessen, mal abstrakt ausgedrückt. Diese Interessen können eher im privaten Bereich liegen, genauso im geschäftlichen Bereich. Aber es ist nicht mehr notwendig, dass Personen, mit denen man an einem gemeinsamen Thema arbeiten möchte, mit denen man sich über ein Thema austauschen möchte, sich in geografischer Nähe befinden. Das ist sicherlich eine der größten Implikationen des Internet. Und ein anderer sehr bekannter Forscher, Wissenschaftler, Sharon Lanier, übrigens der Erfinder des Wortes Cyberspace, Er war schon sehr früh mit diesen Entwicklungen beschäftigt. Er hat einige Bücher veröffentlicht, ich werde sie Ihnen im Moodle dann auch verlinken. Und Sharon Lanier hat interessanterweise, obwohl er selber sehr stark in diese technologischen Entwicklungen involviert war, im späteren Verlauf seines Lebens einen sehr kritischen Blick auf soziale Medien eingenommen. Es gibt ja immer die positiven und die negativen Seiten, wenn Sie so möchten. Auf der Haben-Seite, Social-Media-Plattformen verbinden Menschen, ermöglichen es, Gleichgesinnter zu finden. Auf der Negativ-Seite, Social-Media ist ein Zeitdip, führt zu Prokrastination, es gibt den Bubble-Effekt, wir sehen immer mehr vom Gleichen. Das sind eigentlich die Themen, die Sharon Lanier sehr stark beurteilt, als wesentlich relevanter als die positiven Effekte beurteilt. Und das ist jetzt auch nichts Neues, in jeder Mediengattung mit dem Auftreten jeder neuen Mediengattung gibt es sowohl positive Zukunftshoffnungen als auch Untergangsszenarien. Gerade in der Hinsicht ist ein Blick in die geschichtliche Entwicklung oft sehr, sehr hilfreich. Ich war mal vor einigen Jahren mit Corinna Milborn, mittlerweile in Geschäftsführung bei PULS 4, bei einer Podiumsdiskussion auf der Bühne und sie hat da eine sehr interessante Anekdote erzählt. Ihre, ich glaube, Urgroßmutter las sehr gern und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, Unterhaltungsliteratur ist ja ein relativ neues Phänomen. Gutenberg hat natürlich nicht den Buchdruck erfunden, sondern die beweglichen Lettern. Es gab auch vorher schon sehr viele Druckverfahren, nur waren die Matrizen eben starr und mussten sozusagen für jede Seite neu angefertigt werden. Diese beweglichen Lettern ermöglichten eine sehr viel schnellere Produktion von unterschiedlichen Büchern, aber das hieß ganz und gar nicht, dass mit der Erfindung dieser Druckerpresse jetzt plötzlich das goldene Zeitalter der Romane begonnen hätte. Das kam tatsächlich wesentlich später und die Anekdote, die Corinna da erzählt hat, die finde ich sehr bemerkenswert. Als Unterhaltungsliteratur richtig populär wurde, das war erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts, um die frühen Zehnerjahre, 1910, 1920, sowas, gab es tatsächlich die Befürchtung, dass Jugendliche, speziell Jugendliche, lesesüchtig werden könnten. Das ist eine interessante Idee, oder? Und Corinna hat dann eben erzählt, dass ihre Großmutter, die sehr viel gelesen hat, dass sie sich zur Angewohnheit machte, immer zuerst alles zu tun, was halt in, keine Ahnung, Haus und Garten zu erledigen war, und erst, wenn sie mit der Arbeit fertig war, sich dann die Bücher genommen hat, um sozusagen sich nicht völlig in diesen, wenn sie so wollen, virtuellen Welten zu verlieren. Es gibt einen noch viel älteren Beleg über die Beschleunigung und Überforderung. Ein mesopotamischer Hirte war es, glaube ich, da hat man eine sehr alte Aufzeichnung gefunden, beschwerte sich so um die 2000 Jahre vor Christus darüber, dass das Leben immer hektischer und stressiger würde. Wie gesagt, sie finden das bei jeder Mediengattung. Ich bin 76er Jahrgang und gehöre so eher der Generation an, wo die Befürchtung der Eltern darin lag, dass wir alle viereckige Augen bekommen, wenn wir zu lange in den Fernseher starren. Danach gab es Computerspiele, auch immer wieder diese Ideen mit Eskapismus. Es liegt natürlich daran, was man daraus macht. Selbstverständlich ist keine technische Mediengattung per se positiv oder negativ. Ich erkläre Ihnen das nur deshalb, weil Kulturpessimismus, wie man diese Strömung bezeichnet, tatsächlich in jeder neuen Mediengattung den Untergang der menschlichen Kultur sieht. De facto sehen wir natürlich, dass Medien nicht nur unsere Konsumgewohnheiten, sondern auch die Art, wie wir kommunizieren, sehr, sehr stark beeinflussen. Aber natürlich ist Kultur ein dynamischer Bereich, der sich ständig verändert. Ja, wie sieht es jetzt denn aus mit dieser Entwicklung oder mit diesen Entwicklungslinien von Social Media? Wir sehen hier auf dieser Grafik die klassischen, wenn Sie so wollen, oder die typischen Social Media Plattformen begannen ab 1997. Als erste in der Literatur Social Media-Site gilt Six Degrees. Das wurde 1997 gestartet und der Name Six Degrees leitet sich von einer soziologischen Theorie ab. Die ist Ihnen vielleicht auch bekannt. Es gibt ja die Idee, experimentell konnte das aus offensichtlichen Gründen nie nachgewiesen werden, dass jeder Mensch mit jedem anderen Menschen auf diesem Planeten über Six Degrees, über sechs andere Personen verbunden ist. Daher der Name Six Degrees. Diese soziologische Theorie hat sich übrigens auch in der Populärwissenschaft unter dem Namen Kevin-Baking-Game etabliert. Fragen Sie mich nicht, warum ausgerechnet Kevin-Baking, also jeder Mensch auf der Welt kennt Kevin-Baking sozusagen, über sechs Kontakte. Danach kamen die anderen Netzwerke, das werden wir uns gleich noch etwas genauer ansehen, aber selbstverständlich hat Social Media nicht erst, oder die Idee von Social Media nicht erst mit Six Degrees begonnen. Man könnte sogar sagen, die grundlegende Idee gab es schon lange, bevor die Technik, um diese zu realisieren, überhaupt existierte. Es gibt einen belgischen Forscher, einen Universalgelehrten namens Paul Odley, der bereits vor dem Zweiten Weltkrieg die Idee hatte, eine Bibliothek zu erschaffen, die völlig anders funktionieren sollte als bisherige Bibliotheken. Paul Odley wollte eine Institution schaffen, in der man Medien ausleihen können sollte, soweit nicht viel anders als bei einer normalen Bibliothek, aber seine Grundidee bestand darin, dass es doch sehr interessant sein müsste, die Metadaten auszuwerten. Was sind diese Metadaten? Sie gehen in eine Bibliothek, leihen sich ein Buch aus, und die Bibliothek erfasst dann, wer welches Buch ausgeliehen hat, damit, falls sie es nicht rechtzeitig zurückgeben, die dann auch sagen können, hey, bring uns bitte unser Buch. Diese Metadaten unter Anführungszeichen wurden damals auf Papier festgehalten und die Grundidee oder die Kernidee von Paul Odley war, dass es doch sehr interessant sein müsste, diese Daten auszuwerten, und zwar in einer sehr spezifischen Form. Wenn jemand beispielsweise fünf Bücher zu einem bestimmten Thema gelesen hat, dann könnte es doch interessant sein, anderen Personen, die ebenfalls eines dieser fünf Bücher ausleihen, die anderen fünf ebenfalls zu empfehlen. Das ist eine sehr spannende Idee, weil das ist eigentlich eine der Grundlagen, auf denen Social Media Algorithmen beruhen. Es kam nie zur Umsetzung aus unterschiedlichen Gründen. Paul Odley wollte tatsächlich ein solches System bauen. Sie können sich vorstellen, das zu automatisieren, mit den seinerzeit verfügbaren Technologien, wäre natürlich sehr, sehr schwierig gewesen. Paul Odley entwickelte da, oder er dachte tatsächlich, sehr komplexe mechanische Computer, wenn Sie so wollen, und wollte es damit eben möglich machen, diese Metadaten auszuwerten. Zur Realisation dieser Idee kam es nicht zuletzt aufgrund des Zweiten Weltkriegs, allerdings nie der Bau dieser Institution, dieser Bibliothek, war bereits im Laufen, als die Nationalsozialisten in Belgien einmarschiert sind. Und die haben dann auch genau dieses Gebäude besetzt und als, ich glaube, Waffenlager verwendet. In den Viren des Krieges ging die Idee dann ziemlich verloren. Und soweit ich weiß, erst in den 70er Jahren bei Renovierungsarbeiten stieß man dann wieder auf diese Aufzeichnungen von Paul Odley. Ich finde das eine spannende Entwicklungslinie. Frank Hartmann hat ein Buch darüber geschrieben, das werde ich Ihnen auch verlinken, wenn Sie sich da näher dafür interessieren. Es ist ein ganz spannender Beleg, dass in vielen Fällen Ideen oft schon existieren, bevor wir überhaupt die notwendigen Technologien zur Umsetzung haben. Paul Odley war aber nicht der Einzige, der 1997 vor dem Launch von Six Degrees sich intensiv mit Social Media befasste. Die frühen Jahre, wenn Sie so wollen, also die 1970er bis 1997, die Zeit, in der das Internet erfunden wurde, da gibt es auch schon einige ganz interessante Fakten. Nur damit Sie das besser einordnen können, das erste E-Mail wurde 1971 versandt von Ray Tomlinson. Dieser Zeitpunkt wird häufig als der Beginn der modernen elektronischen, eben nicht Massen-, sondern One-to-One-Kommunikation bezeichnet. Sieben Jahre später gab es die ersten Bullet-Inboard-Systems, als BWS bezeichnet. Ein Vorläufer von Diskussionsforen, wenn Sie so wollen. Diese BWS-Systeme erlaubten es Nutzerinnen nicht nur Informationen zu konsumieren, wie es in den ersten Jahren im World Wide Web der Fall war, sondern sich eben aktiv auszutauschen, selbst Informationen hochzuladen und zu diskutieren. Technisch gesehen war, oder eigentlich ist das Internet immer noch kein Synonym für das World Wide Web. Wir verwenden es nur so, weil die anderen Services kaum eine Rolle spielen. In den frühen Jahren, das Internet ist eigentlich ein Sammelbegriff für unterschiedliche Online-Kommunikations-Services. Das World Wide Web ist einer davon, diese Bullet-Inboard-Systems ein anderer und da brauchte man auch jeweils eigene Software und eigene Clients. Der nächste größere Entwicklungsschritt folgte wiederum sieben Jahre später. America Online wurde gegründet und AOL ist primär ein Provider, ein Internet-Provider. Allerdings bot AOL seinen Kunden nicht nur so, wie es Internet-Provider heute tun, einen Zugang zum Internet an, sondern kombinierte diesen mit einer eigenen Software. Das können Sie sich so ähnlich vorstellen wie eine Mischung aus Browser und Newsportal. Und diese AOL-Software, dieser AOL-Client, wurde dann auch sehr rasch mit diversen interaktiven Funktionen aufgerüstet. Und auch Chat-Möglichkeiten und so weiter. Und dann 1997 mit dem Launch von Six Degrees begann, wenn Sie so wollen, der Aufstieg oder die Erfolgsgeschichte von Social Media. Welche Funktionen hatte Six Degrees? Nutzerinnen, die sich dort registrierten, konnten ein Profil anlegen, kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, sich mit Personen befreunden. Ebenfalls bereits damals mit einem Opt-in-System, wie man es auch heute genauso von Facebook, LinkedIn und so weiter kennt. Das heißt, ich frage bei jemanden an, möchtest du mit mir befreundet sein? Und die Person sagt dann Ja oder Nein. Und daraus ergibt sich eben ein digitales Netzwerk aus Personen, mit denen man in Kontakt ist. Und es gab auch die Möglichkeit, One-to-One-Nachrichten an die eigenen Freunde zu versenden. Was Six Degrees nicht hatte, war ein klassischer Newsfeed, wie wir ihn heute kennen, beziehungsweise die Möglichkeit, für entweder nur das eigene Netzwerk oder die Öffentlichkeit Beiträge zu veröffentlichen. Nicht zuletzt unter dem großen Erfolg von Six Degrees gründete Microsoft 1999 Live Journal eine der ersten oder beziehungsweise überhaupt die erste Blogging-Plattformen. Und Blogging war ja bis zu einem gewissen Grad ein Vorläufer, ein früher Vorläufer von Social Media. Das Blogging-Format änderte sehr viel an der Art und Weise, wie das Internet wahrgenommen wurde. Sie müssen sich vorstellen, in den frühen Jahren waren die Leitungskapazitäten wesentlich geringer. An Video war natürlich nicht zu denken. Und genauso gab es auch sehr viel und steckte die Server-Technologie noch in den Kinderschuhen. Die ersten Homepages, die zu dieser Zeit natürlich, oder gar nicht mehr die 1999, gab es schon eine ganze Menge Webseiten, aber das Gros dieser Webseiten bot keinerlei interaktive Funktionen an. Das heißt, Sie als Nutzer konnten diese Informationen aufrufen, konsumieren, es war aber damals nicht sehr üblich, dass es so etwas wie eine Kommentarfunktion gab. Eines der ersten interaktiven Features, wenn Sie so wollen, bei Social Media Plattformen, auf Webseiten, waren die Gästebücher. In der frühen Zeit des Internet war es sehr üblich, dass vor allem Privatpersonen, die Webseiten betrieben dort, ein Gästebuch inkludierten. Was bedeutet das? Sie konnten diese Homepage aufrufen und dann in diesem Gästebuch, so wie man es beim Wandern von einem Gipfelbuch kennt, irgendeine Nachricht hinterlassen und ihre E-Mail-Adresse. Und das war tatsächlich für lange Jahre so ziemlich die einzige übliche interaktive Funktion. Ist jetzt sehr rudimentär, wenn man es mit Social Media vergleicht, aber es war genau einer dieser Breakpoints, wenn Sie so wollen, wo Webseiten nicht mehr zu einem One-Way-Medium wurden, sondern wo die Nutzer miteinander, wenn auch in sehr bescheidenem Maß, in Kommunikation treten konnten. Ja, aber stand da in diesen Gästebüchern, ich hatte glaube ich 1995 meine erste Homepage und natürlich auch ein Gästebuch, typischerweise so Eintragungen wie Hallo, habt ihr eine Webseite besucht, schau auch bei mir vorbei mit dem Link. So ungefähr. Das war, würde ich mal behaupten, ein früher Vorläufer des Bloggings, das Konzept des Bloggings in den ersten Jahren hatte auch sehr wenig mit dem zu tun, was man mittlerweile darunter versteht, wenn man von Unternehmensblogs oder privaten Blogs spricht. Blogging war in der ersten Zeit, da steckt auch der Begriff Log drin von Logbuch, die Idee, das eigene Internet-Konsumverhalten zu dokumentieren, sprich, wenn man interessante Webseiten besucht hat, dann hat man diese URLs aufgelistet, vielleicht noch mit einem kurzen Kommentar, häufig auch nur die URL. Die ersten Blogs waren tatsächlich nur Listen von Webseitenadressen und Sie müssen sich vorstellen, zu dieser Zeit gab es überhaupt keine leistungsfähigen Suchmaschinen und es war nicht so einfach wie heute, sehr schnell die passenden Informationen zu finden. Deswegen erfüllten diese Blogs in der Beginnzeit auch durchaus, glaube ich, kann man sagen, eine Art Empfehlungsfunktion. Das waren so die frühen Anfänge. Nach Six Degrees, muss man sagen, hat sich eigentlich einige Jahre nichts mehr getan. Im Jahr 2000 war, ich würde sagen, so zwischen den Jahren 2000 und 2005, das war so die Hochblüte des Blogs. Und dann, 2003, wurde die nächste große Social Media Plattform gegründet, die auch heute noch existiert, nämlich LinkedIn. Genau genommen muss man sagen, dass LinkedIn 2022 gegründet wurde, wenn man jetzt von der Firmengründung ausgeht, aber ab 2023 war die Seite eben öffentlich verfügbar. Im gleichen Jahr startete auch MySpace. Damals wie heute war und ist LinkedIn sehr klar im geschäftlichen Bereich positioniert. Zu Beginnzeiten ging es da in erster Linie um das Hochladen des eigenen Lebenslaufs und die Sichtbarmachung dieses Lebenslaufs für Recruiter, also um Jobs zu finden. 2003 hatte LinkedIn eigentlich sehr wenig, bis gar keine Social Media Funktionalitäten. Die Posting Optionen, die Posting Möglichkeiten kamen dann erst ab 2006 dazu. Zuerst war es tatsächlich nur eine reine Sammlung von Lebensläufen. Bei MySpace sah die Sache von Beginn an anders aus. Hier finden wir bereits sehr viel mehr typische Eigenschaften, die später kennzeichnend werden sollten für Social Media Services. MySpace ermöglichte es den Nutzerinnen, sich zu registrieren und dort ein persönliches Profil zu gestalten. Diese Profilgestaltung war vergleichsweise sehr flexibel, wenn man es mit Facebook oder Twitter oder so heute vergleicht. Die Nutzerinnen bekamen mehr oder weniger eine HTML-Seite. Man konnte dort mit ein wenig Programmierkenntnissen, Programmieren ist eigentlich nicht das richtige Wort, mit ein wenig HTML-Kenntnissen, eigene CSS-Codes einfügen, Seite sehr weitgehend freigestalten, sowohl was die einzelnen Elemente als auch die Farbwahl betrifft. Können Sie sich vorstellen, wenn jedes Profil komplett anders aussieht, die Buttons überall woanders stehen, macht die Benutzung natürlich nicht gerade einfacher. Das hielt MySpace aber keineswegs davon ab, eine sehr frühe Social Media Erfolgsgeschichte zu werden. Die Möglichkeit, eigene Inhalte zu teilen, das eigene Profil anzupassen, also sozusagen eine digitale Selbstrepräsentation zu schaffen, war bereits zum damaligen Zeitpunkt so attraktiv, dass MySpace ein rasantes Wachstum hinlegt, oder das man eigentlich von anderen Online-Services in der Form bisher kaum gekannt hatte. MySpace enthielt auch Blogging-Funktionalitäten, das heißt, sie konnten dort ihre eigenen Blogbeiträge veröffentlichen. Es gab die Möglichkeit, Musik zu teilen und wie gesagt, das eigene Profil sehr, sehr frei anzupassen. Interessant ist dabei, dass MySpace ein zentrales Element, das bei den meisten Social Media Plattformen heute eine große Rolle spielt, nicht hatte, nämlich den Algorithmus. Bei MySpace war es tatsächlich so, dass sie sich mit eben Personenvernetzten, Befreundeten, wie es in der MySpace-Themologie hieß, und dann hatten sie eben die Möglichkeit, mit diesen Personen zu interagieren, Nachrichten auszutauschen. Der Konsum von Inhalten basierte in erster Linie darüber, dass sie die Profile ihrer Freunde aktiv besuchten. Es gab keinen Newsfeed, der da im Zentrum stand, und einen Algorithmus, der steuerte, welche Inhalte sie zu Gesicht bekamen. Der Niedergang von MySpace, könnte man sagen, begann mit der Entwicklung von Facebook, beziehungsweise mit dem Start von Facebook im Jahr 2004. Ursprünglich hieß Facebook nicht Facebook, sondern Facemash, der Name wurde dann relativ schnell verändert, und in den ersten zwei Jahren war Facebook auch keine öffentliche Social Media Plattform, sondern eigentlich nur verfügbar für die Studierenden, beziehungsweise Absolventinnen von einigen Ivy League Universitäten, Harvard und einigen anderen. Erst nach, ich glaube, nicht ganz zwei Jahre waren das, wurde die Seite dann der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Die Erfindung des Social Media Algorithmus geht tatsächlich auf Mark Zuckerberg zurück. Er hatte eben die Idee, und das ist sicherlich einer der ganz wichtigen Entwicklungspunkte in der Geschichte von Social Media, dass man ja hergehen könnte, und diese ganzen Daten, die da laufend entstehen, nämlich zwei Kategorien von Daten ganz konkret, mit wem bin ich vernetzt, wie viele Gemeinsamkeiten gibt es an Freunden zwischen zwei Usern und für welche Themen interessiere ich mich, auf welche Themen reagiere ich, operationalisiert durch Likes und Kommentare, dass man diese Daten hernehmen könnte, um allen beteiligten Personen eine besser personalisierte Auswahl an Informationen zu bieten. Dass man Informationen im Internet personalisiert, ist jetzt auch weiß Gott keine neue Idee, allerdings die ersten Systeme, die das machten, basierten auf einem relativ starren Kategorienschema. Bereits Ende der 90er Jahre des vorigen Jahrtausends gab es so etwas wie personalisierte Newsletter oder News-Services, wo sie sich anmelden konnten und dann dieser Seite eben bekannt geben, für welche Themen sie sich interessieren, beispielsweise Technologie oder Musik oder was auch immer, und sie bekamen dann personalisierte Newsletter, in denen eben nur diese Themen vorkamen. Ein relativ starres und rigides System, das vor allem ein Problem nicht löste. Es gibt zwar Themen, wo wir wissen, dass wir uns dafür interessieren, aber es gibt auch viele Themen, die an uns vorübergehen, weil wir gar nicht daran denken, dass das für uns auch relevant sein könnte. Und genau um diesen Bereich ging es und geht es sehr stark bei Facebook. Ich muss nicht mehr explizit sagen, ich interessiere mich für Musik, für Biologie, sondern das System oder der Algorithmus analysiert, welche Themen sind in meinem Netzwerk, bei meinen Freundinnen und Freunden populär und wie ist mein eigenes Klickverhalten, welche Informationen konsumiere ich. In den ersten Jahren passierte das alles im organischen Bereich. Werbung kam dann erst später hinzu. Wir werden uns in einer eigenen Einheit damit befassen. Facebook ist nach wie vor, auch wenn man oft hört, natürlich, dass der Ruf der Plattform bei Weitem nicht mehr der ist, der er in den ersten Jahren war, nach wie vor quantitativ betrachtet, die größte Social Media Plattform. Sogar die bei Weitem größte. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Facebook dann später Instagram und WhatsApp gekauft hat. Strategisch sicherlich zwei sehr, sehr schlaue Einkäufe. Die nächste große Plattform, die uns auch heute noch sehr stark beschäftigt, ist Twitter. Twitter wurde 2006 gegründet bzw. gelauncht. Hieß in den ersten Jahren Twitter, also ohne das I und das E. Es gab also eine kurze Phase, wo es sehr populär war, die Vokale in den Namen von Online-Services wegzulassen. Wurde dann eben später auch in Twitter umbenannt. Das Wort Twitter bedeutet zwitschern. Der Vogel als Symbol sollte das auch symbolisieren. Wenn man über Twitter liest, dann wird sehr häufig erwähnt, dass eines oder das typische Kennzeichnungsmerkmal dieser Plattform darin bestand, dass auf sehr kurze Beiträge beschränkt ist, nämlich auf 160 Zeichen. Das hat sich dann später geändert. In den ersten Jahren waren das tatsächlich diese 160 Zeichen. Woher kommt dieses Limit? Nicht daher, dass sich die Gründer gedacht haben, wir wollen Kommunikation möglichst verkürzen, sondern Twitter war in den ersten Jahren tatsächlich sehr eng verzahnt mit SMS, mit dem Short Messaging Service am Smartphone. Dazu muss man wissen, der Mobilfunkmarkt in den USA und in Europa war in den frühen 2000er Jahren ein sehr, sehr anderer. In den meisten europäischen Ländern gab es bereits relativ früh ziemlich große SMS-Kontingente, die man zu den Mobilfunkverträgen miterhielt. In den USA mussten die Nutzerinnen wesentlich länger extra für jede SMS bezahlen, relativ viel sogar. Und eines der Hauptargumente oder Hauptvorteile von Twitter bestand darin, dass man, wenn man den Twitter-Client am Smartphone installierte, sozusagen kostenlos SMS verschicken konnte. Da gab es Schnittstellen. Das heißt, Sie als Twitter-Nutzer und Twitter-Nutzerin konnten Twitter verwenden, um SMS-Nachrichten an Telefonnummern zu schicken. Eben auch an Personen, die gar nicht bei Twitter registriert waren. Dank dieser Schnittstellen war das für sehr viele Amerikaner in erster Linie ausgesprochen attraktiv, weil man sich dadurch eben die zusätzlichen Gebühren für SMS sparen konnte. Das ist der Grund für die Beschränkung auf 160 Zeichen. Nach wenigen Jahren wurde dann, hat sich der Mobilfunkmarkt in den USA auch entsprechend verändert und das Argument sozusagen, kostenlos SMS verschicken zu können, war kein so Relevantes mehr wie früher. Ich habe Ihnen ein paar historische Meilensteine rausgesucht, was Sie hier sehen. Das Datum 9.50 Uhr, PM, 21. März 2006. Jack ist Jack Dorsey. Das ist einer der Gründer von Twitter. Das hier ist das erste jemals verschickte Tweet. Das ist kein Screenshot. Das ist noch live, ganz normal online. Sie sehen, Just setting up my Twitter. hat sich in den USA sehr, sehr schnell aufgrund dieser SMS-Thematik etablieren können, konnte dann allerdings das Wachstum nicht in derselben Art und Weise fortsetzen. Nichtsdestotrotz sehr populär als schnelles Medium, wird und wurde auch von sehr vielen Journalisten verwendet. Der größte Einschnitt bei Twitter war sicherlich der Kauf der Plattform durch Elon Musk. Elon Musk, ein bekannter und erfolgreicher Multimilliardär, aber so wie es wohl aussieht, nicht unbedingt das glücklichste Händchen für Social Media Plattformen. Die Motivation, Twitter zu kaufen, laut zumindest seiner eigenen Ansicht, Aussage, bestand ja in erster Linie darin, eine Plattform möglichst frei von Zensur zu schaffen. Auch ein Thema, das es noch beschäftigen wird und ein sehr komplexes Thema. Das erste, was Elon Musk hier dann gemacht hat, war mal zwei Drittel, glaube ich, war es der Belegschaft zu entlassen, darunter der Großteil des Moderationsteams. Das führte dann auch dazu, dass immer mehr, ich sage mal, dubiose Inhalte, Fake-Inhalte bis hin zu Fake-Accounts aufgetaucht sind. Die Seriosität der Plattform hat darunter sehr gelitten, was dann in weiterer Folge wiederum dazu führte, dass in den letzten zwölf Monaten sehr viele große Werbekunden ihre Werbebudgets komplett von Twitter abgezogen haben, unter anderem Disney und Coca-Cola, weil sie eben mit der Entwicklungsrichtung dieser Plattform nicht einverstanden sind. Das ist aber sozusagen die neuere und neueste Geschichte von Twitter. Was kam danach? 2007, da gab es ja Facebook und Twitter schon, wurde MySpace für kurze Zeit die meistbesuchte Webseite der Welt. Es gab damals auch sehr viel Skepsis und wenige konnten sich vorstellen, dass irgendeine andere Social Media Page MySpace mal den Rang ablaufen würde. Das war aber tatsächlich bereits ein Jahr später der Fall. Schon 2008, und wir befinden uns hier in der Timeline, in der Mitte, wurde Facebook oder löste Facebook MySpace als die populärste oder zumindest meistbesuchte Seite ab. Was Internet-Traffic betrifft, haben Social Media Plattformen natürlich einen großen Vorteil, nachdem wir hier mit unseren, je nachdem, Businesspartnern, Freunden interagieren, ist die Motivation sehr hoch, wesentlich regelmäßiger oder häufiger reinzuschauen, was sich denn so Neues in unserem Netzwerk tut, als bei anderen Kategorien von Webseiten. 2010 startete Instagram das bis dato visuellste Netzwerk. In den ersten Jahren hatte Instagram zwar von Beginn an die Möglichkeit, sich mit Personen zu vernetzen, also einige klassische Social Media Aspekte. Der Schwerpunkt der Entwicklung lag aber tatsächlich nicht darin, ein Netzwerk zu schaffen, sondern, das mag Sie vielleicht ein wenig überraschen, eine alternative Kamerasoftware anzubieten, die eben, was damals die meisten Standard-Software- oder Standard-Applikationen, die auf den Smartphones vorinstalliert waren, überhaupt nicht hatten. Diverse Filter, verbesserte Bearbeitungsmöglichkeiten und durchaus angelehnt an den Retro-Look. Der Name Instagram kommt ja auch von den Instamatic-Kameras, sind diese Sofortbild-Kameras aus der vordigitalen Ära, wo Sie ein Foto machen und dann kommt sofort dieses Bild raus, dann muss man es kurz liegen lassen und anschließend erscheint sofort das Bild Instamatic-Kameras. Instagram hat sich dann aber sehr, sehr schnell von einer primär Kamera-App hin zu einem sehr populären Social Media Netzwerk entwickelt. Bereits ein Jahr später startete Snapchat bis heute die Social Media Plattform mit dem vergleichsweise jüngsten Publikum. Auch Snapchat erfand ein Format, das dann sehr bald von allen anderen Social Media Plattformen übernommen oder man könnte auch sagen gestohlen wurde, das Story-Format. Bis zu Snapchat war es eigentlich üblich oder sozusagen Usus, dass die Informationen, die Sie auf Social Media Plattformen veröffentlichten, im Wesentlichen dort bestehen blieben. Das heißt, zwei Jahre später oder drei Jahre später genauso auffindbar waren. Story-Format zeichnet sich dadurch aus und das war tatsächlich eine neue Idee von Snapchat, dass Sie Informationen bereitstellen konnten, die sich nach 24 Stunden automatisch selber wieder löschten. Das kennt man aus den James-Bond-Filmen, dieser Nachricht vernichtet sich selbst. Sehr, sehr attraktiv, denn wir sprechen hier vom Jahr 2011 und da gab es natürlich schon sehr viele Befürchtungen, wie das denn mit der Privatsphäre ist, was das bedeutet, später mal im Berufsleben, wenn irgendwo ein frühes Facebook-Foto, unvorteilhaftes Fotos oder Klassiker irgendwo mit einem Bier in der Ecke auftaucht und sozusagen für die Nutzerinnen war diese Möglichkeit, selbstlöschende Informationen zu posten, auch nur für die Freunde, durchaus attraktiv. Snapchat zeichnete sich allerdings auch noch durch eine zweite Besonderheit aus. Es ist die erste Plattform, die primär für die Nutzung am Smartphone entwickelt wurde und da passt natürlich auch dieses Story-Format sehr gut dazu. Stories sind ja für die Nutzung auf vertikalen Bildschirmen, also klassischerweise auf Handy-Formaten optimiert. Auch in Sachen Filter gab es da sehr viele neue Features. Wie gesagt, Snapchat konnte sich, trotz einigen Jahren starken Wachstums, eigentlich nie so richtig aus der Kernzielgruppe der Jugendlichen herausbewegen. und das führte dann eben auch dazu, dass zwar das Story-Format, war den anderen Plattformen klar, dass das sehr populär ist, aber die haben das dann eben übernommen. Friendstar, auch eines habe ich vorher nicht erwähnt, Friendstar startete ziemlich zugleich mit den Six Degrees, eines der frühen Social Media Services, schloss dann die Pforten. 2017 startete TikTok, damals noch unter dem Namen Musical.ly. Sie haben es vielleicht mitbekommen, vor einigen Wochen ist der Streit zwischen Universal Music und TikTok komplett eskaliert. TikTok hatte und hat immer noch den Vorteil, dass die sehr früh, das ist ein chinesisches Unternehmen, das von der Firma ByteDance betrieben wird, dass sie sehr früh Nutzungsverträge mit den großen Labels abgeschlossen hatten. Was dazu führte, dass TikTok-Creator Zugriff hatten auf eine sehr umfangreiche Datenbank an Musik, an populären Songs. Äußerst attraktives Feature, das sicherlich stark zu TikToks Popularität beigetragen hat. Allerdings war Universal Music, und das war eben genau die Eskalation dieses Streits, nicht länger bereit, den Vertrag zu verlängern, weil TikTok im Vergleich zu anderen Streaming-Plattformen, sei es jetzt iTunes oder Spotify, die bezahlen ja Lizenzgebühren an die Labels pro Stream, die waren bei TikTok wesentlich geringer. Und Universal Music hat simpel gesagt mehr Geld pro Stream verlangt. TikTok war nicht bereit, das zu bezahlen. Was natürlich dann auch dazu führte, dass ein großer Teil an Videos, die mit Universal Music Sound unterlegt wurden, dann plötzlich nur mehr als Stummfilm-Clips auftauchten. TikTok selber hat angekündigt, dass sie in Zukunft mehr auf AI generierte Musik setzen werden. Auch natürlich ein Thema, AI spielt nicht nur eine Rolle in der Text- und Bildgenerierung, sondern auch bei der Multimedia-Produktion insgesamt. Und wenn wir sehen, wie diese Entwicklung weitergeht. Ja, eben 2018 erfolgte dann die offizielle Umbenennung in TikTok, und 2019 wurde Google Plus wieder geschlossen. Im Zuge des großen Erfolgs, der großen Popularität von Facebook, versuchte Google damals wie heute die populärste, man könnte fast sagen Monopol-Suchmaschine, ebenfalls ein Social Network zu etablieren, das sie von den Funktionalitäten her sehr stark an Facebook anlehnte. Google hat dieses Netzwerk auch sehr eng mit YouTube verzahnt. Allerdings zeigte sich, und das ist natürlich auch ein interessantes Marktphänomen, dass wohl kein Platz für ein zweites Netzwerk, das im Wesentlichen ein Klon von Facebook war, bestand. 2020 sorgte Clubhouse für einen kurzfristigen Hype. Clubhouse war, beziehungsweise ist das einzige Social Network, das ausschließlich auf Audio-Inhalten basiert, auf sogenannten Audio-Rooms. Das heißt, man konnte dort, ja, wenn Sie so wollen, Live-Podcasts mit interaktiven Funktionen anbieten. Also jemand, der öffnet so einen Raum, andere können ihm zuhören, können dann aber selber auch mitreden. Audio-Formate, Podcasts sind enorm populär im Social-Media-Bereich, würde ich sagen, nach wie vor ein Nischenphänomen. Die einzige Plattform, die neben Clubhouse auch solche Audio-Rooms oder Audio-Live-Streamings anbietet, ist LinkedIn, und soweit ich das beurteilen kann, mit relativ überschaubarem Interesse. 2022 gab es weltweit quer über alle Plattformen bereits knapp 5 Milliarden Social-Media-Nutzerinnen, und 2023 erfolgte dann die Umbenennung von Facebook in Meta. Mark Zuckerberg hatte ja, das wissen Sie wahrscheinlich auch, bereits vor zwei Jahren begonnen, so zu prophezeien, dass immersive Technologien, Augmented Reality, Virtual Reality, für die man die eben spezielle Hardware und Brillen braucht, die Zukunft des Social-Media-Networkings sein würden, und hat auch sehr viel Entwicklungsaufwand und Geld investiert, in die Entwicklung dieses Metaverse, bisher mit sehr, sehr bescheidenem Erfolg. Das ist auch ein Punkt, der in der Analyse von Social-Media-Plattformen natürlich sehr, sehr interessant ist. Für uns ist es heute ganz normal, dass wir über Zoom oder Teams miteinander kommunizieren, mit Bild und Ton. Bereits in den 1970er Jahren, zu Beginn der 1970er Jahre, als das Internet noch in den ganz frühen Kinderschuhen steckte, gab es bereits technisch marktreife Systeme für die Bildtelefonie. Natürlich nicht auf digitaler Datenübertragung basieren, sondern auf analoger, aber eben mit Kamera und kleinem Bildschirm, auch kein Flachbildschirm, sondern ein Mini-Röhrenfernseher, eingebaut, wo man telefonieren hätte können. Einige Unternehmen haben versucht, das am Markt zu etablieren, sind aber komplett gescheitert, weil, wenn Sie so wollen, einer der Vorteile des Telefonierens von sehr vielen Nutzern, oder als Vorteil empfunden wurde, dass man eben nicht zu sehen ist. Das finde ich ganz spannend. Bildtelefonie hat sich eigentlich nie so richtig durchgesetzt. Im privaten Bereich, Sie verwenden das vermutlich auch, auf WhatsApp mittlerweile. Aber oft dauert es 20, 30, 40 Jahre oder länger, bis sich eine technisch realisierbare Möglichkeit überhaupt durchsetzt. Möglicherweise werden wir bei Augmented Reality, bei Virtual Reality eine sehr, sehr ähnliche Entwicklung erleben. Was Sie hier sehen, auf dieser Grafik ist die Entwicklung der einzelnen Netzwerke. Das beginnt hier im Jahr 2004, im Bereich bis 2018. Also das war das Jahr, in dem die 2 Milliarden Grenze überschritten wurde. Und Sie sehen, das ist natürlich schon ein sehr beträchtliches Wachstum. Was Sie auf dieser Grafik hier ebenfalls sehen, ist, dass Twitter, Pinterest, Snapchat, obwohl die natürlich immer auch mitgenannt werden, wenn es um Social Media Plattformen geht, vergleichsweise klein sind, wenn man es mit den großen populären Netzwerken vergleicht. Wie gesagt, Facebook ist rein quantitativ nach wie vor ganz vorne dabei. Und dann gibt es natürlich noch eine Plattform, die ich bisher ebenfalls nicht erwähnt habe, nämlich YouTube. Und YouTube ist sicherlich bis zu einem gewissen Grad ein Sonderfall, weil es sich eigentlich um einen Hybrid, um eine Mischform aus Video-Hosting und Social Media Plattformen handelt. Wenn Sie sich überlegen, wie YouTube funktioniert, da haben wir auf der einen Seite, und das nutzen viele natürlich auch so, die Möglichkeit, eigene Videos kostenlos, dafür wird dann eben Werbung vorgeschaltet, hochzuladen. Auf der anderen Seite hat YouTube natürlich sehr, sehr starke Social Media und Empfehlungsfunktionalitäten. Und seit einigen Jahren mit den Shorts auch sogar ein storyartiges Format. YouTube startete im Jahr 2004, glaube ich. Ich will mir selber nicht so gut mit Zahlen merken. Das, was Sie hier sehen, das möchte ich Ihnen kurz vorspielen. Das Video dauert 19 Sekunden. Das ist der allererste YouTube-Videoclip, der jemals hochgeladen wurde. Das ist einer der Gründer der Plattform, wurde ja später von Google gekauft. Und der Clip heißt Me in the Zoo, Me at the Zoo, Entschuldigung. 310 Millionen Views mittlerweile wurde aufgenommen im San Diego Zoo Zoo. Ich muss noch schnell den Ton umschalten. Okay, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys, is that they have really, really, really long fronts. And that's cool. And that's pretty much all there is to say. Ja, das ist der erste YouTube-Videoclip ever. Ist ja auch ganz interessant. Wie gesagt, das ist der Original-Clip, der immer noch online ist. Und da gibt es einen sehr umfangreichen Kommentar-Thread dazu. Und jedes Mal, wenn der Gründer, der den Clip gedreht hat, arbeitet mittlerweile schon lange nicht mehr bei YouTube. Aber jedes Mal, wenn es Updates gibt bei der Plattform, dann kommentiert er da und äußert auch seine Meinung dazu. Wie gesagt, bei YouTube haben Sie genauso die Möglichkeit, Channels zu abonnieren. Je nachdem, wie Sie den Channel abonnieren, für alle Videos oder nur für populäre Videos, steckt da auch ein Algorithmus dahinter, der Ihnen dann bestimmte Inhalte empfiehlt. Außerdem gibt es die typischen Social-Media-Interaktionsmöglichkeiten, Kommentare, Likes. YouTube ist mittlerweile auch die einzige Plattform, auf der es einen Thumbsdown gibt. Das wurde bis vor drei Jahren auch noch öffentlich als Counter angezeigt. Das passiert mittlerweile nicht mehr. Die meisten Social-Media-Plattformen, auch das eine, ja, eigentlich erwähnenswert, bieten ja keine negativen Engagement-Signals, sondern Sie können es immer nur zwischen unterschiedlichen Formen von positiven Emotionen wählen. Wie wird es in der Zukunft aussehen oder welche Entwicklungen erleben wir in der, ja, sagen wir mal, absehbaren Zukunft? Zum einen ändert sich die Nutzung von Social-Media sehr, sehr stark. Und eins habe ich noch vergessen, ein historisches Artefakt, was Sie hier sehen, das ist einer der Instagram-Gründer. So sahen Instagram-Profile ganz in der Frühzeit der Plattform aus. Das war, glaube ich, im ersten oder zweiten Jahr, nein, noch im ersten Jahr aufgenommen. Sie sehen es jetzt rein von der Ästhetik her, hat sich der grundlegende Aufbau eines Instagram-Profils jetzt nicht drastisch verändert. Das waren damals schon die Dreier-Grids. Natürlich sind sehr viele Funktionen dazugekommen von Reels, Stories, geschweige denn Live-Videos, war damals auf Instagram natürlich noch keine Rede. Was wir mittlerweile sehen, und das ist auch eine Situation, die sicherlich für Marketer relativ neu und einzigartig ist, die Art und Weise, wie Personen Social-Media verwenden, ist sehr, sehr unterschiedlich abhängig von der Altersgruppe. Was Sie auf dieser Grafik hier sehen von HubSpot, how does each generation prefer to find answers to their questions online? Wir haben im digitalen Bereich eigentlich immer zwei, wie soll ich das nennen, Modelle oder Ansätze, wie wir zu Informationen kommen. Das gab es schon lange vor, digitalen Medien, Push und Pull. Bei Pull-Medien holen Sie sich aktiv Informationen, ein typisches Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie Telefonbücher noch kennen, aber früher gab es mal dicke gelbe Bücher, in denen alle Telefonnummern des Ortes standen, in denen man wohnte. Auch ein Relikt der Vergangenheit, ein Telefonbuch wäre ein typisches Pull-Medium. Das lesen Sie im Normalfall nicht von vorne bis hinten, sondern Sie suchen eine bestimmte Telefonnummer und schlagen danach. Genauso ist jede Suchmaschine, eben Google, ein Pull-Medium. Sie haben eine bestimmte Frage, geben die ein und finden dann hoffentlich die passende Antwort dazu. Im Gegensatz dazu bedeutet Push-Medium, dass Sie keine aktive oder Sie keine Aktion setzen, um zu Ihren Informationen zu kommen, sondern dass diese Information zu Ihnen kommt. Ein typisches Beispiel für ein Push-Medium wäre das Abonnement einer Tageszeitung. Wird Ihnen jeden Tag vor die Tür oder in den Postkasten gelegt und dann blättern Sie die eben durch. Genauso aber Newsletter, die Sie abonnieren und natürlich auch Social Media Newsfeeds. Wenn Sie sich einloggen in Instagram, in Facebook, in LinkedIn und sich dort Ihren Feed ansehen, dann bekommen Sie eine zusammengestellte Auswahl. Einer der meiner Ansicht nach spannendsten Trends, die wir sehen, und diese Grafik ist hier eben getrennt in Gen Z, Millennials, Gen X und Boomers, wie kommen Personen, die Grafik ist von Ende 2023, online zu Informationen, die sie suchen. Der rote Balken sind Suchmaschinen. Wir sprechen aus alter Gewohnheit immer noch im Plural, aber ja, Suchmaschinen, eigentlich müsste man fast Suchmaschine sagen. In der Gen Z machen das 56%. Das ist natürlich immer noch relativ viel, aber gerade mal etwas mehr als die Hälfte. Bei den Millennials knapp 60% und Gen X 67%, bei den Boomers 96%. Je älter die Nutzer, desto weniger recherchieren sie aktiv auf Social Media Plattformen nach Informationen. Social Media nimmt aber fast schon ein Drittel des Rechercheverhaltens bei Gen Z ein. Knapp unter 30% bei den Millennials, 18% bei Gen X und eben nur 3% bei den Boomers. Eine neue Möglichkeit, die uns ja genau genommen jetzt auch schon mit Chatbots seit durchaus einigen Jahren zur Verfügung steht, aber erst richtig populär geworden ist mit dem Rise von ChatGPT, ist eben die Informationsrecherche über AI-Chatbots. Wir werden uns damit noch ausführlicher beschäftigen. Ich glaube, Media Literacy, Quellen, Kritik und Nachprüfen war noch nie so wichtig wie heutzutage. Aber nichtsdestotrotz, Sie sehen, bereits 13% der Gen Z nutzen AI-Chatbots oder eben andere LLM-Modelle, um Pull-Informationen zu finden. Und das ist schon ganz spannend, weil diese 31% bei Social Media, das hat sehr, sehr lange gedauert. Bei AI-Systemen geht das wesentlich schneller. Da liegt die Gen Z mit den Millennials gleich auf. Die Gen X ist sogar vorne. Und Boomers dürften zumindest, was die aktive Informationsrecherche betrifft, nicht sehr AI-affin sein. Warum erkläre ich Ihnen das und warum ist das ein wichtiger Trend? Weil wir tatsächlich in den letzten 25 Jahren Social Media Plattformen erlebt haben, benutzt haben, die vor allem auf diesem Push-Prinzip basieren. Mittlerweile wird Social Media aber immer mehr zu einem Medium, in dem die Nutzerinnen auch aktiv nach Information suchen. Meine Hauptspielwiese ist LinkedIn. Dort verbringe ich am meisten Zeit. Da spielt dieses Verhalten natürlich eine besonders große Rolle. Ich glaube, vor fünf Jahren wäre es zumindest im deutschsprachigen Raum relativ ungewöhnlich gewesen, dass sich jemand über eine Firma informieren möchte, der auf LinkedIn geht und dort nach der Firma sucht. Das passiert mittlerweile aber in sehr hohem Stil. Das gleiche auf Instagram im Consumer-Bereich. Warum ist das so? Natürlich hat das einerseits mit Gewohnheit zu tun, wenn man Social Media in sehr hohem Ausmaß nutzt, dann ist es auch naheliegend, dass man durchaus mal das Suchfeld benutzt. Es steht aber ein anderer Grund, ein Megatrend dahinter. Der hat nun mal ausnahmsweise überhaupt keine technologischen Gründe, sondern psychologische, wenn Sie so wollen. Sowohl im privaten als auch im kommerziellen Business-to-Business-Bereich ist die Frage für jeden, der sein Setzprodukte, Services oder einfach nur Aufmerksamkeit, Reichweite möchte, eine ganz wesentliche Frage, wie entsteht Vertrauen? Wie entscheiden Personen, die sich ein E-Bike kaufen wollen, ob sie jetzt, sagen wir mal, wenn der Preisrahmen vorgegeben ist, ob sie ein Specialized oder ein Track-Bike nehmen? Vor 25 Jahren war die Marke eines der wichtigsten Verkaufsargumente. Mittlerweile erleben wir eine Zeit, wo, wenn Sie so wollen, die Relevanz der Marken deutlich in den Hintergrund getreten ist und wir uns drastisch mehr für Personen interessieren. Es gibt von Nielsen eine sehr groß angelegte Untersuchung über das Konsumverhalten von Personen mit einem sehr großen Sample von über 16.000 Befragten und Nielsen führt diese Untersuchung alle zehn Jahre durch. Das besteht aus einer ganzen Reihe von Fragen und eine der Fragen lautet, vertrauen Sie bei Investitionsentscheidungen eher Privatpersonen, eher persönlichen Empfehlungen oder Marken? Investitionsentscheidungen sind sämtliche Konsumentscheidungen, die über Daily Goods hinausgehen. Das heißt, wenn Ihnen die Zahnpasta ausgeht und Sie brauchen eine neue Zahnpasta, dann macht man im Normalfall keine aufwändige Recherche. Bei einem E-Bike sieht die Sache schon ganz anders aus. 1999, gesagt, Nielsen veröffentlicht diese Untersuchung alle zehn Jahre, lautete die Antwort auf die Frage, vertrauen Sie eher Marken oder persönlichen Empfehlungen? Oder besser gesagt das Verhältnis 64 zu 36. 64% sagten, ich vertraue eher Marken und 36% sagten, ich vertraue eher Personen. Bei der letzten Veröffentlichung im Jahr 2019, das war noch kurz vor dem Corona-Lockdowns, schaute die Verteilung der Antworten auf dieselbe Frage ganz anders aus. Da sagten nämlich nur mehr 8% sie vertrauen eher Marken und 92% sie vertrauen eher Personen. Eine Entwicklung, und das sieht man natürlich in unterschiedlichen Bereichen, je jünger die Nutzerinnen, desto mehr beeinflussen Social Media-Influencerinnen ihr Konsumverhalten. Das hat aber, sind natürlich, ich glaube, das hat in erster Linie damit zu tun, dass jüngere Nutzerinnen Social Media in höherem Ausmaß verwenden. Aber ich habe auch bei mir festgestellt, dass ich meine Kaufentscheidungen häufig sehr stark nach YouTube-Reviews richten, die ich mir ansehe. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, welches E-Bike kaufe ich, dann werden Sie natürlich nicht den Werbeclip des Herstellers anschauen, sondern Sie werden sich beispielsweise auf YouTube Kanäle von Personen suchen, die Sie als kompetent in diesem Bereich einschätzen. Und im Normalfall, wenn man sich jetzt für ein bestimmtes Thema interessiert, bleiben wir beim Thema Biking, dann wird man im Normalfall sich schon länger möglicherweise mit dem Gedanken tragen, sich ein E-Bike zuzulegen und im Normalfall auch bereits Personen oder Channels kennen oder sogar abonniert haben, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Vertrauensaufbau passiert im Normalfall nicht über Nacht. Wir haben schon einige Videos gesehen und dabei der Eindruck entstanden ist, wow, die oder der kennt sich aber hervorragend aus mit E-Bikes, wenn der sagt, dieses Rad ist gut, das andere ist Schwachsinn, sind wir schon weit mehr geneigt, dem zu glauben, als der klassischen Markenkommunikation. Und das ist genau dieser Trend, den uns diese Grafik zeigt und ich würde mit Ihnen wetten, dass der gelbe Balken in allen Zielgruppen noch drastisch nach oben geht. Was AI-Tools betrifft, ist natürlich auch immer ein großes Thema, zumal bei der Gratis-Version von ChatGPT, dass Sie da im Gegensatz zu Suchmaschinen oder Social-Media-Plattformen ja nicht mit Echtzeitdaten arbeiten, sondern immer mit diesem Datensatz, mit dem ChatGPT trainiert worden ist, die Premium-Version, aktuell die Vierer, kann in begrenztem Maß über die Suchmaschine Bing auf das Internet zugreifen, aber eben auch nicht in allen Fällen. Viele populäre Seiten, um nur als Beispiele zu nennen, New York Times oder auch LinkedIn, haben ihre Pages eben exkludiert, also erlauben nicht, dass ChatGPT diese Seiten crawlt. Social-Media-Trends, wenn wir uns die anschauen, da gibt es immer zwei Seiten, zum einen die Consumer-Seite, also die Nutzerinnen, zum anderen die professionellen Kommunikatoren, Influencer, Unternehmen. Und auch da tun sich ganz interessante neue Entwicklungen auf. How has the amount of sales your company has made through social media changed from 2022 to 2023? 28% sagen, da hat sich nichts geändert. 13% sagen, wir haben 2023 weniger Umsatz über Social Media gemacht, als vorher. 59% sagen, da gab es deutlich mehr Sales. Ich denke, das ist auch ausgesprochen aussagekräftig und zeigt schon sehr, sehr gut, wohin die Entwicklung in der näheren Zukunft gehen wird. Eine Anmerkung noch zum Abschluss. In der frühen Phase von Social Media gab es natürlich, als langsam klar wurde, dieses Format ist populär, da gibt es ein Bedürfnis dafür, da gibt es eine Nische, eine fast unüberschaubare Zahl von Anbietern. Speziell seit dem Erfolg von MySpace und dann in weiterer Folge Facebook versuchten sehr viele Anbieter, Google Plus ist das populärste und größte gescheiterte Beispiel, eigene Social Media Plattformen zu etablieren. Ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, dass wir sehr viel darüber diskutiert haben, als Facebook startete, werden die jemals eine Chance gegen MySpace haben, alle sind MySpace gewohnt. In Deutschland und Österreich gab es zu dieser Zeit StudiVZ, eine sehr, sehr populäre Plattform. Und, ja, was will Facebook hier? Und dann kam irgendwann der Kipppunkt. Was macht die Attraktivität von Social Media Plattformen aus? Natürlich nicht nur ihre technischen Features, nicht nur die Verfügbarkeit, sondern in erster Linie, wo finde ich die Personen, die mich interessieren? Man bezeichnet das als Skalierungseffekt. Diesen Effekt finden Sie in allen Netzwerkmedien. Nehmen Sie das Telefonnetz her. Ein Smartphone ist zweifellos ein nützliches Gerät, wenn wir jetzt nur mal das klassische Telefonieren hernehmen. Wenn Sie der Einzige sind, der ein Smartphone besitzt auf der Welt, dann ist es quasi wertlos. Sie könnten mit niemandem telefonieren. Telefon gilt genau das Gleiche. Es ist genau der gegensätzliche Ansatz, den wir eigentlich klassischerweise in der Ökonomie kennen. Normalerweise sorgt Verknappung für Wertsteigerung. Ob Sie jetzt an die Kunst denken, wo die Einzigartigkeit eines Kunstwerks zählt, ob Sie an besonders wertvolle Ressourcen denken, Gold, was auch immer, das sind alles knappe Ressourcen und daraus resultiert letztendlich Ihr Wert. In Netzwerk-Business-Modellen oder in Marktplatz-Business-Modellen ist das genau umgekehrt. Je mehr Teilnehmerinnen ein bestimmtes Service verwenden, desto attraktiver wird das auch für neue. Und das macht es auch so schwierig, heutzutage ein zusätzliches Social-Media-Netzwerk zu etablieren. Wenn alle Ihre Freunde bereits bei Facebook oder Instagram sind, dann launcht jemand ein neues Netzwerk, das vielleicht bessere Videobearbeitungsfunktionen bietet oder irgendein besonderes Alleinstellungsmerkmal, ist die Motivation, das zu verwenden, trotzdem erstaunlich niedrig. Sie wissen, die Personen, seien es jetzt Freunde im privaten Bereich oder die Business-Kontakte, die mich interessieren, die verwenden eigentlich andere Netzwerke. Und dieser Skalierungseffekt führt natürlich auch zu einer unglaublichen Marktmonopolisierung. Wir haben mittlerweile eine relativ ausdifferenzierte Landschaft. Die einzelnen großen Social-Media-Netzwerke erfüllen sehr unterschiedliche Funktionen. Ganz grob gesagt, LinkedIn natürlich sehr stark im Business-Kontext verortet, wird in erster Linie von zwei Personengruppen intensiv benutzt, denen, die auf der Suche nach einem neuen Job sind oder auch von Selbstständigen, die ihre Services an Unternehmen verkaufen und auf der anderen Seite von Unternehmen mit Marketing, Vertriebshintergrund und natürlich auch Recruiting beziehungsweise Employer-Branding. Instagram, wenn wir mal von der kleinen Gruppe der professionellen Influencerinnen absehen, breite Masse verwendet Instagram, primär mit Fokus auf Unterhaltung, Unterhaltung, Entertainment. YouTube ist sicherlich ein Mischfall. Pinterest ist sehr, sehr stark im DIY-Bereich, dort, wo es um Inspiration und so weiter geht. Twitter hat starken Echtzeit-Nachrichten-Charakter. Sie wissen im Normalfall, was Sie sich von einer bestimmten Plattform erwarten. Ich halte es für sehr schwierig bis unmöglich, eine neue Plattform zu etablieren, wenn man nicht bereits eine sehr große Nutzerinnenbasis hat. Deswegen erwarte ich nicht, dass sich an der Landschaft der Big Seven, wie große Social Media Plattformen oft bezeichnet werden, in den nächsten Jahren sehr viel Neues tun wird. Aber wie gesagt, man weiß es natürlich nie. Lassen wir uns überraschen. Aber es gibt derzeit zwei ganz spannende Beispiele, die möchte ich Ihnen gerne noch zum Abschluss zeigen. Und zwar haben Sie vielleicht mitbekommen, Instagram hat oder beziehungsweise Meta hat unter dem Eindruck des, wie soll man das nennen, des rasanten Niedergangs von Twitter, seit dem Kauf durch Elon Musk, ein eigenes Twitter-artiges Netzwerk gelauncht. Das nennt sich Threads. Das ist sehr stark an die Instagram-Infrastruktur angekoppelt. Wenn Sie Threads verwenden, dann müssen Sie sich dort nicht registrieren, wenn Sie bereits einen Instagram-Account haben. Sagen wir nur, ich möchte einen Instagram-Account verwenden. Das wiederum hat der Europäischen Union gar nicht gefallen. Stichwort Monopole. Deshalb war Threads auch eine ganze Weile lang in Europa nicht verfügbar. Mittlerweile hat Facebook hier nachgebessert, unter Anführungszeichen. Und ermöglicht es Threads auch komplett accountlos, also ohne Registrierung zu nutzen und dort mitzulesen. Ist von der Struktur her sehr, sehr ähnlich wie Twitter. Mit Ausnahme der Tatsache, dass die Beiträge etwas länger sein können und dass Sie auch mehrere Medien in einen Beitrag einfügen können. So wie hier. Und zugleich hat einer der Twitter-Gründer, der ursprünglichen Twitter-Gründer, BlueSky gegründet. Ein Netzwerk mit einer sehr ähnlichen Stoßrichtung. Ein spezifischer Unterschied von BlueSky ist, ich habe Ihnen erzählt, dass in der Anfangszeit des Internets dieser dezentrale Gedanke ganz wichtig war. Die großen Plattformen sind natürlich nicht dezentralisiert. Twitter bzw. X betreibt seine eigenen Server genau wie Facebook. Und dieses BlueSky böte theoretisch die Möglichkeit, dass die Software ist open source, dass sie ihr eigenes BlueSky auf ihrem eigenen Server betreiben können. Und dann können diese unterschiedlichen BlueSky-Subnetworks sogar miteinander sprechen und auch Nachrichten austauschen usw. Ich habe mich nochmal interessehalber dort registriert, aber ist natürlich schwierig. Sie sehen es schon an der Optik. Ich persönlich tue mir fast immer schwer. Zum Glück hier ist das Menü links und bei Threads oben. Aber da sind natürlich sehr, sehr ähnliche Netzwerke, die von den Features und Funktionen mehr oder weniger genau das Gleiche abdecken. Und damit reduziert sich die Frage, in welches Netzwerk möchte ich Energie, Zeitaufwand investieren, sehr stark darauf, wo sind denn meine Freunde, Bekannten oder schlichtweg gesagt die Personen, die mich interessieren, primär unterwegs. Wir werden uns in der nächsten Einheit, wie angekündigt, mit dem Thema Definitionen beschäftigen. In zwei Wochen sehen wir uns dann wieder online hier im Stream. Und da werde ich Ihnen dann etwas mehr erzählen über das komplizierte, über das ausgesprochen komplizierte Verhältnis zwischen Datenschutz, DSGVO und Social Media Plattformen. Vielleicht gleich ein kleiner Spoiler vorweg. Wird Ihnen, wenn Sie gelegentlich Facebook benutzen, wird Ihnen aufgefallen sein, dass Sie mal gefragt wurden in der letzten Zeit, ob Sie denn nicht einen kostenpflichtigen Account einrichten möchten. Ich glaube, in Österreich ist der Preis gar nicht mal so niedrig, irgendwas zwischen 15 und 20 Euro. Das hat nicht primär den Grund, dass Facebook möglichst viele Kunden zu zahlenden Kunden konvertieren möchte. Das ist Ihnen durchaus bewusst, dass es nicht funktionieren wird. Sondern das hat rechtliche Hintergründe, weil die Europäische Union eben auch verlangt, dass Social Media Betreiber die Möglichkeit vorsehen müssen, datenschonender umzugehen, beziehungsweise den Nutzerinnen mehr Kontrolle über ihre Daten zu geben. Facebook macht das über den bezahlten Account. Das wird spannend, ob die europäische Gesetzgebung das in der Form akzeptieren wird. Damit sind wir am Ende der ersten Einheit angekommen. Wie gesagt, Video und weiterführende Informationen finden Sie spätestens bis morgen Vormittag in Moodle. Wenn Sie zwischendurch Fragen haben, können Sie sich für organisatorische Themen natürlich jederzeit sehr gern an Alina oder auch an mich wenden. Unsere E-Mail-Adressen kennen Sie. Ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Vielleicht sehen wir uns ja auf der einen oder anderen Social Media Plattform. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag und eine angenehme Restwoche.